Yes, Chris macht einen Fehler, damit ziehe ich auf... Oh... Nein! Yes! Nein! Hallo Leute, ich bin's wieder, Link-Zero-Zero-Zelda. Nun seht ihr den zweiten Part von Mario Kart Wii Battle vs. Channel Tommy auf gute alte Zeiten. Let's do it! Gleich, wenn du fertig gezeigt hast. Nein, ich hab schon gehofft. Okay. Sehe. 100 CC. Jetzt hat er mich wieder gefüllt. Aber es sind nur Fun-Kongs hier. Tatsächlich. Nein, außer einer. Ja, genau! So ein scheiß Bullet-Bild-Technik. Oh, Pau! Wow! Oh, Pau! Mich hat tatsächlich die Flamme erwischt. Das hat sie... ...wirklich... ...nicht so häufig. Hallo Leute! Aber irgendwie... ...hab ich... ...good luck! Ist der erste? Mhm. Nice. Oh. Gute letzte Runde. Oh. Nein. Hätte ich mir nichts gesagt. Alles gut, ey. Puh. Nice! Achso. Da holte dich den ersten Platz. So muss das. Für mich. Oh. Tja. Jungle Talk. Die mochte ich nie. Ja, manchmal habe ich sie gefeiert. Oh, Mist. Mein Kopfhörer war Kabel. Zwischen Finger und... ... und Mic. Okay. Alles gut. Und irgendwie... Also irgendwie habe ich es geschafft, Windschatten dadurch zu kriegen. Weil ich voll abgelenkt war. Danke. 有趣. Kahahah. Kann man, aber... No! 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 I loved it. Ich habe auch 2. Nein, ich habe auch 2. Danke. bitte ja noch zwei und habe red und schwimmen ja alles gut mein ich bin gesichert wenn du fällen solltest falls ich jetzt selber ein fehler mache kann ich so nach hinten werfen und nicht safen alles ganz gut so 100 cc vergiss nicht bisschen schwierig doch 100 cc kann man auch die bücher auch dort schon mit dem pilz ja ja einfach ein bisschen schwieriger ich weiß das kann ich schon vergessen ja kann sein dass das timing ein bisschen härter ist auch stimmt das feuerrechte für sie mal kaffee mark hat 7 und 8 gab es ein schwerer ist das mit pilz überhaupt möglich in mario kart 8 ich weiß nicht ich weiß auf jeden fall dass es andere items gab die man nutzen konnte ja die hupe zum beispiel das fand ich generell nicht so cool in dem spiel dass man halt die items durch kanonen oder solche sachen nicht dort schon konnte also wenn man zum beispiel in so eine kanone gefahren ist um sich zu weiter zu befördern verdammt das war die rex halt hinterher fliegen und sich dann noch treffen danach so knapp tja war easy 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 so jimmy cut let's go oh höw höchste high jump wo kippt Und dann hat Harry mich... Ja... Boah... Uh, nice. Ich hab dermaßen gemashed. Und trotzdem getroffen. Uh... Junge, die Green! Du glaubst es nicht. Ich hab den Shortcut gefailt. Den einfachen. Weil ich zu schnell war. Ah, Glück gehabt, dass das erste zweite Runde ist. Oh, Schock. Okay, ist nicht so schlimm. Ich müsste direkt wieder groß werden. Ja. Oh, Blue! Kriegst du eins? Yes. Tu mir leid. Ich muss das Item loswerden. Da kann ich nichts machen. Kannst einfach runterfallen. Ja. Das kann ich. Oh, die Green ist über meinen Kopf geschwebt. Oh. Maxi auf drei. Oh. Maxi auf drei. Oh, toll. Und das kleinste von war wirklich ein Clip. Da muss ich aber los. Bruder muss groß. So. Bruder. Yes. Wieso geht die Kacke nicht? Minus sieben. Fernando. Easy. Harry. Chris. Versus. E4. Eddie. Alle gegen dich, so wie immer. Mhm. Oh. Oh, gut. Staubtronen hatten wir noch nicht, oder? Ich will die jetzt endlich mal fahren. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das funktioniert, weil ich gemescht habe. Nicht, dass irgendein RNG-System dahinter steckt. Neeein. Und immer wenn ich A gedrückt halte, ist die Chance höher ein Pokémon zu fangen, als wenn ich B drücke. Das hat meine Statistik bewiesen. Spaß. Wow. Aber das ist immer so lustig. Dass da man damals halt wirklich gedacht hat, dass wenn man irgendwas macht, es besser funktioniert. War das bei dir auch so? Ja. Gab's da einige Dinge? Ja. Geschafft? Ja. Nice. Bei mir war knapp. Regenbogen-Map, ja. Regenbogen-Boulevard war, oder ist für die meisten ja immer noch die absolute Hass-Strecke. Ich persönlich finde es ja eigentlich ganz nice. Das ist eine sehr gute Battle-Strecke. Und nice, Blue Shell. Du Aussi. Mein Hashtag ist nur noch. Du Aussi. Mein Hashtag ist nur noch. Äh. Ich hab Schalke als Stand oder Sorbetland. So, W-Land. Bäh. Mundlecksstraßen macht dich, zum Beispiel. Die waren noch ganz cool. Aus dem Spiegel. Oh, da ist die Kenze. Ähm. Ja, gut. Da kommt man dann meistens durcheinander, ne? Aber bei Sorbetland finde ich sie zum Beispiel, wenn man mit Tordette und Kameknaller fährt, dann finde ich sie ganz nice. Ja, auf jeden Fall. Genauso wie bei Shai-Gai-Strand. Also mit den richtigen Bikes ist es da dann doch spaßig. Ja, genau. Aber wenn man ein großer Bike hat. Top 2. Mehr weniger. Mach's gut. Oh, das war zu weit rechts den Stand gemacht. Das könnte mir den zweiten kosten. Und er hat Triple Red. Damn. Ich hab ihn aus dem Riden gerannt. Revenge. Oh mein Gott, dass ich den Street behalten hab. Yes. Chris macht einen Fehler. Damit zieh ich auf. Oh. Nein. Yes. Nein. Los Pilz. Zieh. 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 Nein, Chris. Er hat's noch geschafft. Close. Close. Das war echt close. Das war ein Auf und Ab. Das war ein Auf und Ab. Das wäre schon ein Erfolgserlebnis. Aber ein F kommt Goldmine ey. Oh, Vulkan. Nein. Ich bin direkt hinter dir. Loool. Ich hab den Wheelie Lock. Kennst du den Kack noch? Du meinst, wenn man springt, dass man ein Sliplift bekommt? Ne, dass wenn du ein Wheelie hast, dass du nicht driften kannst. Das ist halt und du drifst den Wheelie ab. Ach so. Scheiße. Das hast du nicht gesehen. Doch. Oh. Magatine dran. Ach. Puh. Danke. Was ist da? Oh nein. Es war so klar, dass ich da kein Speed mehr bekommen werde. So jetzt. Itemlack. Okay. Maxi. Ist ok. Tschüss. Bamba. Bei Gamecube oder mit Nunchuck? Ich spiel mit Gamecube, ja. Ich spiel mit Gamecube, ja. Dich. 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 Ich hab's nicht gewusst, du ole Coute. Find du zwei? Drei. Dieser Penner. Bin ich direkt in einer Bombe gesniped und ich hatte Triple Froom. ich habe auch noch eingesetzt einfach mal aus ich habe versucht die bombe zu deutschen aber mehr keine chance tatsächlich ist bei mir untergefallen ist der shortcut mit maxi möglich oh mein gott ich wusste nicht dass man mit maxi dadurch da durchfallen kann ok nice cut Oh, oh, da haben wir gesehen Süß Minus 26, ja, die Gruppe ist nicht gut für mich Hallo Leute Das war's auch schon wieder mit Link 00 Zelda und Mario Kart Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da Oder ein Däumchen Wäre ein Träumchen, würde der Freud jetzt sagen Alles klar Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal